so meine freunde war kaputt gegangen weil er gestürzt ist haben eingetauscht heute hier hier die gespeichsten tastatur dagegen geholt hat noch gut schon gehabt wahrscheinlich noch ein ohr zurück so das sind die speed wet silber das sind das ist der prozessor 4000 herz das polo rating 4000 herz da manche lgb hat kleiner als meine die feuer hatte aber zeit auch sag ich mal so war ja so 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 Da ist die Plastikabdeckung, das ist die Satur. So, hier ist der Anschluss, wenn man da reinsteckt das Kabel, Anleitung, ist ja typisch, ist ja auch klar. Das ist die andere Taste, die ganz klassische, nur weiß, schwarz. Ah, du knipst da noch, wie du die Tasten rausknippen kannst. Geil. Ah, hier ist der Kabel. So. Wollte ich gar nicht verbrauchen. Da sind die Dingspunks noch, ja, typische Heißesinn. Überschreibung ist die Dings immer. So. Ah ja, das ist ein Klett, geil. Einmal Plastikabdeck. So. Meinerseits hat er halt Bluetooth, wireless und Kabel gehabt. Die ältere, die Shuttle. So. Das ist halt gesleeft, das Kabel halt. Gesleeft. Jetzt hat er das Gute. Sonst ist da eigentlich nichts mehr dabei. Peace, aber haut rein, mein Freund. Umm.